Moin zusammen, Bildbesprechung Samstag, was auch sonst. Hi liebe Fotofreunde, ja es ist wieder Bildbesprechung Samstag, es ist der K-Samstag, der Samstag vor Ostern. Insofern werde ich so ähnlich, wie ihr morgen Ostereier sucht, heute schon mal wieder in fünf ausgesuchten Fotos nach Fehlern suchen und ich empfehle euch dran zu bleiben. Vielleicht könnt ihr auch was lernen, da bin ich mir ziemlich sicher. Los geht's mit dem ersten Foto. Das erste Foto ist von Dirk Fettke. Hallo Dirk, vielen Dank fürs Einsenden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich hatte dich sogar gebeten, das Bild einzusenden, weil mir schon bei Facebook einiges aufgefallen war. Und ja, das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Was sehen wir? Wir sehen eine junge Frau, die auf irgendetwas, und da geht's schon los, von dem ich nicht erkennen kann, was es ist, liegt. In einer, ja, ich denke die Pose soll entspannt wirken, tut sie aber auf mich nicht, aufgrund der fallenden Linie. Also es gibt aufsteigende Linien und abfallende Linien. Wenn Linien von unten links nach oben rechts ins Bild führen, dann sind es aufsteigende Linien. In diesem Fall haben wir absteigende Linien, weil es von oben links im Bild nach unten rechts geht, auf der das Modell hier liegt. Und gleichzeitig gibt es weitere Linien, die in diesen abfallenden Richtungen verlaufen, nämlich die von diesem Gebilde, auf dem sie liegt, oben rechts in der Ecke. Das sorgt für mich zumindest für so einen leicht negativen Eindruck. Belichtet ist es ganz gut, wobei ich finde, dass die Schwarztöne so im Bereich des Kleides und auch an dieser schwarzen Umrandung schon recht abgesoffen sind. Also besonders dort, wo dieser dunkle Bereich an der Strumpfhose anfängt und am, kann ich hier nicht mehr genau erkennen, doch ich vermute es ist ein Rock, am Rock. Ja, das finde ich irgendwie nicht so richtig schön. Und dann ist es so, Dirk, ich muss ganz klar sagen, mir selber gibt das Foto gar nichts. Also es erzählt für mich keine Geschichte. Es sieht einfach nur ungeplant und chaotisch aus. Also wie gesagt, ich kann nicht erkennen, was der Untergrund ist. Das scheint ja irgendwie so ein Podest zu sein. Zuerst dachte ich, vielleicht wäre es ein Bettrahmen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil in der Mitte sieht es aus, als wäre das verspachtelt oder Raufhasertapet oder weißt du gar nicht, was so auf sie liegt. Das macht für mich keinen Sinn. Dann diese ganzen Schmutzreste von diesem mittleren Teil, die auf dem schwarzen Rand unten liegen, die ergeben für mich keinen Sinn. Ja, ich weiß nicht. Diese ungeordneten Haare finde ich total unvorteilhaft. Das Blitzlicht oder Blitzlampenkabel, was oben rechts im Bild zu sehen ist, geht auch hinten und vorne gar nicht. Also insgesamt, ich sage es mal ganz offen, ich hätte das Foto sofort gelöscht. Genau deswegen hatte ich dir auch gebeten, es einzureichen, um dir einfach nochmal ein ehrliches Feedback dazu zu geben. Das finde ich wirklich nicht gut gemacht und die Farbtemperatur ist auch so ein kleines bisschen bedenklich, weil es sieht für mich so aus, als wäre der Hintergrund dort genau, wo der Blitz hin strahlt, nämlich im Umfeld von dem Model, ja, halt sehr Magenta-lastig und das will mir einfach hinten vorne nicht gefallen. Der Anschnitt an den Beinen geht so, wie gesagt, alles völlig falsche Richtung. Sagt mir wirklich gar nichts. Das nächste Foto ist von Frank Zörner. Frank, vielen Dank, dass du ein Bild geschickt hast. Wir sehen wieder eine junge Dame, ich vermute mal ein Model, wieder irgendwie im Studio aufgenommen. Technisch ist das ganz gut gemacht, wobei es für mich einen sehr überbearbeiteten Eindruck hinterlässt, aber dazu sage ich gleich nochmal drei Worte. Technisch ist es ganz gut gemacht, es ist einigermaßen belichtet. Ich finde auch hier sind die Schwarztöne wirklich schon mindestens knapp vor dem Absaufen, wenn nicht nach hinten raus, auf der Rückseite des Hutes sogar abgesoffen. Das ist nicht so richtig fein. Dafür ist das Licht auf dem Gesicht sehr schön und auch schön akzentuiert, also sprich, es ist nicht zu gleichmäßig, also kein klassisches Zangen- oder Ringlicht, so dass es völlig schattenfrei ausgeleuchtet wäre, denn Schatten sind wichtig. Aber es ist trotzdem auch nicht so, dass wir ganz harte Schatten haben, sondern relativ sanfte Übergänge. Das gefällt mir ganz gut. Die Haare hinten am Hut finde ich sehr unsortiert und sehr durcheinander. Ich bin ja jemand, der da sehr penibel ist. Rechts an den Haaren, also von uns aus gesehen, rechts gibt es auch noch so ein, zwei Haarsträhnen, die so ein bisschen abstehen, die mir nicht so richtig gefallen wollen. Das hätte ich einfach ein bisschen besser sortiert. Und dann ist es so, dass das Bild diverse andere Schwächen hat. Wenn ich so ein geplantes Shooting mache, dann hat die Kette bitte ordentlich zu sitzen. Hier ist es so, dass der Verschluss quasi nach vorne gerutscht ist, deswegen hier vorne am Hals liegt. Der gehört natürlich nach hinten, weil das ist bei so einer Kette so. Gleichzeitig, dass der Anhänger gerade so ein bisschen noch den Saum des Ausschnitts berührt, ist auch total dämlich. Also entweder hängt das Ding davor oder es ist da drin verschwunden, aber da an der Stelle macht das eigentlich auch keinen Sinn. Der Blickkontakt des Models mit dem Fotografen ist ganz gut und oben ist es auch vom Anschnitt her okay, finde ich. Da sind halt noch irgendwie 20 Pixel Platz. Das ist in Ordnung. Könnte man aber oben auch am Hut anschneiden, weil der Hut eh so schwarz ist. Ich finde zudem das Oberteil, dazu haben der Frank und ich schon gemailt, gefällt mir auch nicht Frank, da hattest du schon recht. Aber für das Oberteil kannst du glaube ich nichts, weil das Model dieses Oberteil gerne auf einem Foto anziehen wollte. Aber dieses verträumte und romantische, was aus dem Hut, dem Blick, der weichen Haut, der Kette, dem Oberteil und der Frisur entsteht, passt eben auch nicht so richtig zu den mega vielen Ohrringen im Ohr und den Piercings, die da vorhanden sind, finde ich jetzt. Es gibt für mich zumindest da keinen richtigen Zusammenhang. Das finde ich ein bisschen schade. So und dann ist das Bild einfach völlig kaputt gearbeitet. Ich finde es ganz ganz unschön. Ich glaube es wird auf einer Blende fotografiert, denn selbst Kette und Oberteil sind schon unscharf. Ändert aber nichts daran, dass die Haut im Gesicht sehr weich gezeichnet ist. Und zwar sind die Augen scharf gezeichnet und die Haut ansonsten sehr weich gezeichnet. Sieht so ein bisschen puppenmäßig aus, aber sie ist eben kaputt gearbeitet. Es ist jegliche Struktur der Haut flöten gegangen durch die Bearbeitungsmethode. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ein bisschen ist es auch der Auflösung geschuldet, in der das hier eingereicht ist. Aber es ist total matschig. Ich zoome euch hier mal ein kleines bisschen ins Bild rein, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Es ist halt einfach glatt gebügelt und eine Fläche. Und das macht, finde ich, für eine ordentliche Blutiretusche und eine Hautretusche so keinen Sinn. Da gehört in jedem Fall immer eine Struktur rein. Entweder ist die Haut sehr weich, weil der Mensch sehr jung ist, oder sie ist sehr weich, weil es gut geschminkt wurde. Aber sie ist bitte nicht sehr weich, weil irgendjemand mit einem grauschen Weichzeichner Haut weich gemacht hat, um dann hinterher die Augen wieder durchzustempeln und dann eben scharfe Augen zu produzieren, also scharf gezeichnete und den Rest der Haut weich zu machen. Bearbeitung nicht so doll. Pose und Belichtung und sowas. Okay. Hier haben wir ein weiteres Foto von der Grit Lichtblau. Das ist wieder von Fuerteventura von der Westküste, wie ich im Bildtitel sehen kann. Ist eine schöne Landschaftsaufnahme, finde ich. Hat einen relativ guten Linienverlauf. Hier unten aus der Ecke links raus mit dem Küstenstreifen, der dann so ein bisschen Richtung rechter Bildkante geht und dann hinten wieder rumläuft. Das finde ich ganz gut. Ich finde, in diesem Fall ist sogar ganz geeignet, dass der Horizont in der Mitte ist, weil das sorgt dafür, dass wir oben schöne Wolken haben, die schon auch noch Richtung Ecken ziehen und so einen Bogen ergeben. Es gibt wenige Bilder, wo das mit dem Horizont in der Mitte gut ist, aber ich habe auch zwei bis drei in meinem Leben gemacht, wo ich das so richtig geil finde. Und da ist die Wolkenstruktur so ähnlich. Zwar ganz andere Lichtsituation, aber diese Wolken verlaufen hier so ein bisschen in so einem Halbkreis, finde ich. Und das macht einfach einen guten Eindruck, meiner Meinung nach. Was ich Grit unbedingt bei dem Bild gemacht hätte, wäre, ich hätte, erstens ist es insgesamt einen Ticken unterbelichtet. Also es könnte insgesamt heller sein, aber wenn du sagst, okay, ich brauche oben im Himmel diese Strukturen und möchte diese dramatische Wolkenstimmung beibehalten, dann benutzt du halt in Photoshop oder auch in Lightroom den Grauverlaufsfilter, also den Verlaufsfilter und hältst den unteren Bereich auf. Der untere Bereich ist sehr düster und sieht überhaupt nicht nach, ja, überhaupt nicht nach Mittelmeer aus, sondern es sieht so sehr, sehr dunkel, düster, schlecht wettermäßig aus. Das würde ich in jedem Fall auffällen. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, unten die Farbtemperatur noch ein kleines bisschen Richtung warme Farbe anzupassen, dann fällt da einfach ein bisschen schöneres Licht drauf. Ich verlinke euch hier unter diesem Video nochmal ein Video von mir, wo ich sowas ähnliches getan habe. Das kannst du dir nochmal angucken. Da geht es darum, wie man aus Schlechtwetterbildern Gutwetterbilder macht. Also Schlechtwetterbilder. Und das hätte ich bei diesem Bild in jedem Fall getan. Und dann könnte man oben sicherlich auch die Wolkenstruktur noch so ein bisschen besser rausarbeiten und ein bisschen gespreiztere Kontraste einsetzen. Also ein bisschen den Lichterregler nach oben drehen, vielleicht den tiefen Regler sogar noch ein kleines bisschen nach unten. Dann wird die Wolkenstimmung oben noch dramatischer und macht einen noch besseren Eindruck. Das wird dem Bild ohne jeden Zweifel wirklich gut tun. Dann kommt hinzu, liebe Grit, dass der Horizont nicht ganz gerade ist. Das ist immer ein Problem. Auch wenn der Horizont nur zwei Grad schief ist, man sieht das immer etwas. Und das ist einfach schade, weil es ist halt schnell gemacht, schnell ausgerichtet. Nimm doch einfach das Linealwerkzeug in Lightroom oder eben auch in Kameraauf und Photoshop und richte das Ding schnell aus. Also es macht keinen Sinn, hier ein Bild einzureichen, wo der Horizont nicht wirklich gerade ausgerichtet ist. Das hätte ich auch unbedingt an deiner Stelle noch getan. Ja, der Julian Rudewald. Ihr kennt seine Bilder ja schon. Er ist so ein bisschen unersettlich. Er hat das nächste Foto hier eingereicht. Diesmal ein Bild aus London. Ja, Julian, ich bin beeindruckt. Du kommst eine Menge rum. Das ist ja schön, weil Reisen bildet. Nicht nur auf unseren Fotoreisen, sondern ganz generell. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, die Kamera mitzunehmen und Fotos zu machen, ist das einfach cool, weil man an vielen verschiedenen wirklich geilen Fotospots arbeiten kann. Tja, dann lasst uns mal gucken. Wir sehen eben irgendeine Stadtszene aus London. Mir sagt die Szenerie nichts. Ihr wisst es ja, wenn ihr wisst, wo es ist, gerne in die Kommentare posten. Insgesamt sehen wir halt eine Nachtaufnahme. Die ist sehr gut belichtet. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben also eine wirklich gute Belichtungszeit und eine gute Blende. Die Blende scheint einigermaßen geschlossen gewesen zu sein. Dadurch haben wir schon so leichte Sterne um die Lichtpunkte. Und ja, es ist relativ weitwinklig fotografiert, aber es ist eben auch nicht dunkel abgesoffen oder irgendwo total überstrahlt, sondern es ist wirklich gut belichtet. Keine Frage. Wir haben schöne Lichtsituationen durch dieses Blau. Jetzt weiß ich nicht hundertprozentig, wie du in der Bildbearbeitung vorgegangen bist, also wie du die Entsättigung vorgenommen hast, weil wir haben wieder ein Color Key. Was ein Color Key ist, habe ich euch in Folge 30 schon mal gesagt, wie mein persönlicher Standpunkt zum Thema Color Key ist. Wer das nochmal hören möchte, er hört sich die letzte Folge Bildbesprechung nochmal an. Ich weiß nicht genau, wie du es gemacht hast, ob du die Blautöne separiert hast oder was auch immer. Es hat in jedem Fall irgendwie dazu geführt, dass wir hier unten auf dem Untergrund so eine ganz merkwürdige Lichtstimmung mit einem ganz merkwürdigen Verlauf haben. Das gefällt mir gar nicht. Und dann frage ich mich, warum so einzelne Lichter in diesem ganzen Gebilde blau sind. Höchstwahrscheinlich ist das, was wir in dem Gebäude ziemlich in der Mitte, in diesem kastenförmigen, sehen, das Blaue. Die Spiegelung aus dem Blau oben in diesem eher kugelförmigen Gebäude. Das vermute ich zumindest. Ja, aber diese blauen Flecken stören einfach. Also selbst wenn da die Spiegelung so gewesen wäre, dann würde ich da das Blau wegnehmen, weil das da für mich keinen Sinn ergibt so richtig. Das gleiche gilt für rechts dort am Bildrand, wo auch noch so ein bisschen rot-blaue Spiegelung ist. Das finde ich auch nicht so richtig klasse, aber am meisten stört mich unten im Vordergrund auf diesem Boden dieser Übergang aus diesem satten Blau, was von dem Geländer hier vorne zeugt und dem eben total blassen grün-blau, was von diesen kleinen Schildern oder was auch immer das beleuchteten Kästen herrührt. Das will mir gar nicht gefallen. Das sieht ganz merkwürdig aus. Also als wäre irgendwas schiefgegangen in der Bildbearbeitung. Manchmal entstehen Spiegelungen, die so aussehen, keine Frage. Aber dann würde ich das irgendwie noch ein bisschen retuschieren und für den sanfteren Übergang sorgen, weil so wirkt es einfach sehr merkwürdig. Letztes Bild für heute von Michael Pollmüller. Vielen Dank, Michael, für die Einsendung. Ich möchte nicht bei jeder Folge dazu sagen, aber hier sage ich es nochmal. Ich habe eure Mails dabei nicht offen. Ich bekomme eure Bilder an bildbesprechung at ff-fotoschule.de, packe sie in Ordner, die die Folgennummern tragen. Dann werden sie nacheinander einsortiert und dann weiß ich in der Regel nicht mehr, ob ihr mir eine Mail dazu geschickt habt und vor allem, was in dieser Mail drin gestanden hat. Irgendeine Mail habt ihr geschickt, sonst hätte ich das Bild nicht. Aber was in der Mail drin gestanden hat, weiß ich da nicht mehr. Insofern, ich kann nicht genau sagen, was wir sehen und wo das ist, aber wir sehen jedenfalls eine Landschaft, wir sehen dampfendes Wasser. Das heißt, entweder ist es irgendwo auf der Welt, wo das Wasser natürlicherweise sehr warm aus dem Boden kommt, also so Stellen, die tendenziell vulkanisch sind. Oder aber es ist einfach so, es gibt es selbst in Norddeutschland manchmal morgens, das Wasser ist noch wärmer als die Luft und dadurch steigt da ein bisschen Nebel auf. Aber ich vermute eher, dass es hier vulkanisch ist, es sieht auch insgesamt so ein bisschen so aus. Der Bildaufbau ist total unausgewogen, also der ist total verwirrend und für mich auch irgendwie nicht zu irgendeiner Bildaussage führend, weil der Horizont sehr mittig sitzt. Dadurch ist es eh schon so, dass es den Eindruck macht, als hättest du dich nicht zwischen Vorder- und Hintergrund entscheiden können, also zwischen dem Gefühl von Nähe oder Weite. Aber gleichzeitig führt diese Abgrenzung zwischen diesen beiden Wasserlöchern, nenne ich es mal, so sehr mittig durchs Bild. Und hier vorne ist der Vordergrund, sieht ja auch eher so ein bisschen betonmäßig aus, obwohl es das sicherlich nicht ist, der ist sehr massiv und nimmt einen Großteil des Fotos ein. Also irgendwie, ja zumindest mal ein Viertel und wirkt halt so, ja, so unpassend zum Rest. Belichtungsmäßig finde ich es auch nicht so megamäßig doll, das liegt aber in diesem Fall gar nicht mal daran, dass die Belichtungsmessung nicht funktioniert oder du in der Nachbearbeitung was total falsch gemacht hättest. Aber die Lichtsituation ist halt ätzend gewesen, also du hast eine schlechte Lichtrichtung und du hast eben auch schlechtes Licht, weil es so stark bewölkt ist. Und ich weiß natürlich, bei so Reisen kann man sich das nicht aussuchen, wie das Licht gerade ist, aber im Zweifel, wie gesagt, kann man in der Nachbearbeitung noch das eine oder andere retten. Denn jetzt ist es so, dass da oben rechts der Wald sehr, sehr dunkel ist, stehen auch irgendwelche merkwürdigen Sachen in diesem Wald rum, die ich nicht so hundertprozentig erkennen kann. Und ihr erst recht nicht, ich glaube, da oben ist eine Aussichtsplattform oder sowas, wo ich sogar glaube, ein paar Menschen stehen zu sehen, oberhalb von diesem Wasserloch. Und ja, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, sind so weiße Flecken am Berg, zwar ziemlich klein, aber trotzdem sichtbar. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, aber in jedem Fall ist es mal da am Wald rechts am Bildrand zu dunkel. Und die Spiegelung dieses Berges findet sich auch so angeschnitten in dem Wasserloch wieder. Das wäre auch schön, das wäre sauber abgegrenzt. Entweder würde es ganz dieses Wasser bedecken durch deine Aufnahmeposition oder aber man würde den Bergkamm im Prinzip oder diesen Wald dort nochmal abgegrenzt komplett als Spiegelung sehen. Denn so ist es einfach, es ist so, so nichts sagen für mich. Also mich bringt das Bild nicht so richtig voran und mir sagt es auch nichts. Das war's für heute. Wie immer gilt, wenn ihr auch Bilder von euch besprochen haben möchtet, dann schickt sie an bildbesprechung at ff-fotoschule.de. Wir freuen uns darüber und wünschen euch schöne Ostern, schöne zweifreie Tage. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht ihr den Daumen wohin nach oben und empfehlt uns weiter. Dankeschön und schöne Ostern. Ciao!